Hallo, ich bin Martin Haven, ein absoluter Autonerd. Ich möchte Ihnen meine Highlights des neuen Audi A8 zeigen, das Flaggschiff der Modellpalette. Die komplett neu entwickelte Generation des A8 steht ab Spätherbst bei den Händlern. Egal, ob sich der Kunde für die Normalversion entscheidet oder lieber die Langversion wählt. Der A8 besticht durch zukunftsweisende Design- und Technik-Highlights. Fast alle Funktionen steuert man über Touchscreens, aber diese Displays machen den Unterschied. Als Technikfreak, wie ich einer bin, werden sie beeindruckt sein. Wenn du etwas auswählst, dann hörst du nicht nur einen Bestätigungston, du fühlst tatsächlich eine Rückmeldung des Displays. Du wischst, du drückst und es funktioniert intuitiv. Jetzt bin ich auf dem luxuriösesten Sitzplatz der A8-Limousine. Und mit diesem Bedienteil kannst du alles auswählen und einstellen. Zum Beispiel die komplette Sitzverstellung. Wenn das Handy in der Phonebox liegt und per Bluetooth verbunden ist, kannst du hiermit sogar telefonieren. Hey, ich bin in zehn Minuten zu Hause. Während der Fahrt siehst du dich ständig um, hältst Ausschau nach Schlaglöchern oder Hindernissen. Und genau das macht jetzt der A8. Seine Kamera liest die Straße und informiert das Aktivfahrwerk, was gleich kommen wird. Dadurch hast du einen außergewöhnlichen Komfort. Der A8 ist Audis Flaggschiff. Und so fühlt er sich auch an. Das Aktivfahrwerk reduziert Wank- und Nickbewegungen der Karosserie. Ebenso eine Neuheit im Audi A8, die auf Wunsch erhältliche Innenraumbeduftung. Aus einer Kombination feinster Duftstoffe kreieren Experten einen speziellen Sommerduft oder eine Variante für kältere Tage. Das Design kombiniert Exklusivität und Prestige. Dazu trägt auch die OLED-Lichtsignatur bei. Wenn du dich für den Ruhesitz entscheidest, profitierst du vom riesigen Fußraum. Am Ende eines anstrengenden Tages bekommst du eine Massage. Nicht nur für den Rücken, auch für deine Füße. Damit kommst du garantiert entspannt an. Der neue Audi A8 schafft damit eine Wohlfühlatmosphäre, die jeder nach seinen Wünschen gestalten kann. Das war unsere kleine Highlight-Vorstellung des Audi A8. Wir könnten Stunden damit verbringen, alle Neuigkeiten zu zeigen. Aber für mich ist das Aktivfahrwerk das Highlight. Das trägt dazu bei, dass der A8 wirklich das Prädikat-Aushängeschild bei Audi verdient. Und um noch viel mehr Informationen zum A8 zu bekommen, schauen Sie sich auf audi-media.tv um. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. ог成 Wunsch Untertitelung des ZDF, 2020